Ja, am Donnerstagabend hat sich die Partei des Fortschritts der Bundesvorsitzende mit einigen anderen Mitgliedern angekündigt für unsere Talkshow. Ist sie die eine Partei, die es vielleicht schaffen kann, sich nicht selber zum Scheitern zu verurteilen? Ich habe gerade wieder eine Sendung von Die Basis Deutschland, Die Junge Basis oder so gesehen. Wie lange wird das dauern, bis mit solchem, ja aus meiner Sicht völlig inhaltsleerem Gerede, mit lauter leerem Gerede, bis die Partei, Die Basis, sich die letzten potenziellen Wähler weggeredet haben wird, weil es sich einfach nicht klar ist, dass die Wähler für ihre Wahlstimme eine Top-Leistung sehen wollen von den Eliten der Gesellschaft, von den Fähigsten der Gesellschaft und nicht von irgendwelchen Anfängern, die von nichts, leider von nichts eine Ahnung haben und sich überhaupt nicht auskennen, weder in der Welt, noch bei Menschen, noch in Gesellschaften, noch in der Politik, sondern einfach nur irgendwas machen und dafür, ja, ich würde mich wundern, wenn in Sachsen-Anhalt bei der nächsten Landtagswahl noch eine der Neuparteien mehr als 0,5 Prozent bekommen würde. Denn jeder Wähler weiß doch ganz genau, ich habe doch in Baden-Württemberg gesehen, gebe ich meine Stimme einer Neupartei, dann kann ich sie genauso gut gleich meinen politischen Gegnern geben, also denen, den Parteien, die ich am meisten hasse. Ja, wenn ich, wenn ich, was weiß ich, unbedingt will, dass die CDU beendet wird, dann kann ich aber trotzdem gleich meine Stimme der CDU geben, denn wenn ich sie dann einer Neupartei der Basis gebe oder der WIR 2020 gebe, dann ist die Stimme weg und stärkt die CDU. Dann habe ich sie in den Mülleimer geschmissen und das stärkt die CDU. Also kann ich dann eigentlich die Stimme gleich auch meinem politischen Gegner geben. Leider ist das ja in Deutschland so, aufgrund dieser unsäglichen 5-Prozent-Hürde. Und von daher sozusagen nur mit unseren Superreformen hat eine Partei diese Chance, aber die Leute meinen alle, ja, so, ich als Anfänger bin der Größte der Welt und ich weiß, wie das geht mit der Politik und so weiter. Und an diesem Größenwahnsinn scheitern ja schon, sind ja in den letzten Jahrzehnten etwa 500 Parteien kläglich gescheitert. Ja, jede Partei muss sich öffnen, sie muss eine Frackpartei sein, sie muss zur Gruppe der Frackparteien gehören, also muss echte Basisdemokratie im Gegensatz zu Pseudo-Basisdemokratie praktizieren. Sie muss freie Argumentekultur praktizieren, sodass also kein Argument und keine daraus resultierende Reformkonzeption, Reformvorschlag ausgegrenzt wird, zensiert wird, weggefiltert wird, unterdrückt wird, sondern die Partei muss ein Symbol für echte Basisdemokratie sein und nicht das Gegenteil, ja, also die Basis leider bisher in Deutschland, die Basis Deutschland erscheint bis jetzt als eine absolut anti-basisdemokratische Partei, die nur versucht irgendwie mit dem Namen Basisdemokratie zu werben und dabei faktisch das Gegenteil praktiziert. Ich mache das Beispiel nochmal, auch eine rechtsradikale Partei, da entscheiden auch die Mitglieder intern über das Wahlprogramm und sie ist deswegen nicht eine basisdemokratische Partei, denn was entscheiden die rechtsradikalen Mitglieder? Ein rechtsradikales Parteiprogramm. Und was hat das bitte schön mit Basisdemokratie zu tun? Gar nichts, ja, sondern Basisdemokratie beginnt erst dann, wenn eine Partei alle Argumente für alle Reformvorschläge sammelt, die in der Welt existieren und dann die WählerInnen konsensieren lässt. Dann erst beginnt die Basisdemokratie und alles andere ist keine basisdemokratische Partei. Und bis jetzt kann ich bei die Basis nur erkennen, dass es dort keine Machtbegrenzung gibt, sondern dass dort Mächtige, einige Mächtige ihr Ding machen, so wie einige Mächtige ihr Ding machen in der CDU, in der SPD und in allen Altparteien auch. Warum sollten das die Wähler wählen? Also ich kann da nichts Nützliches erkennen an solch einer Partei. Hier unten an dem rundlichen Ding, wie immer ihre Wunschgeschwindigkeit einstellen. Also ihre Wunsch, sie sollten immer alles mit ihrer Wunschgeschwindigkeit hören. Ja, ich als Student, wenn ich mich zurückerinnere, ich als Student habe alles getan, um unser Leben zu zerstören, mein Leben zu zerstören und unser aller Leben zu zerstören. Aus Unwissenheit heraus, aus Nichtbewusstheit heraus. Ich wusste damals noch nicht Bescheid über die vorteilbringenden Irrtümer, die parasitären Meme, die Killerviren des Geistes, mit denen dieser gnadenlose Raubtierkapitalismus, in dem wir leben müssen, vegetieren müssen, unser aller Leben zerstört, damit wir aus Glücksmangel heraus maximale Konsumsucht, Kaufsucht, Shoppingsucht, Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeiten-Sucht, Medikamentensucht, Reisesucht, Autosucht und was auch immer für Süchter an den Tag legen. Und ja, das wusste ich nicht als junger Student sozusagen. Und dadurch bin ich einkaufen gegangen und habe damit quasi den Anreiz gesetzt, den Fehlanreiz in die gesamte Wirtschaft hineingestellt. Zum Beispiel habe ich das den Komplex aus, wenn ich mich richtig erinnere, als junger Schüler, habe ich also schon mal eine Zeit lang mein Essen bei Rewe, glaube ich, war es eingekauft in der Jugendzeit, also noch vor dem Abitur. Und was habe ich damit für einen Reiz gesetzt? Was habe ich damit für einen Fehlanreiz gesetzt? Dass also Rewe mit seinen Werbemilliarden, verbunden mit ZDF und ARD, dass da eine stille und leise Evolution zusammenkommt, dass sich in ZDF und ARD in erster Linie Journalisten und Fernsehmacher ansammeln still und leise, die den Verkaufserfolg von Rewe begünstigen. Ja, denn sozusagen jede Zeitschrift ist sozusagen eine, geht im Prinzip ja eine Partnerschaft ein mit den großen Annoncenkunden, Werbekunden und so weiter. Und dann bewegen sich die beiden, also Medium, also Medien und Industrie gemeinsam in der Evolution weiter als Tandems, ja, als Mehrpersonen-Tandems. Und dadurch sozusagen die Evolution verläuft eben so, dass erfolgreich solch ein Tandem sich nur dann in die Zukunft bewegt und überlebt in der Evolution der Medien und der Evolution der Konzerne und der Industrie und so weiter, nur dann, wenn es sich um eine glückende oder gelingende Kombination handelt. Stellen Sie sich vor, Rewe würde seine Werbemilliarden an ARD und ZDF geben und ARD und ZDF würden die ganze Zeit darüber aufklären, was man alles nicht essen soll, was man bei Rewe alles nicht kaufen darf, weil es gesundheitsschädlich ist. Und wenn ARD und ZDF ständig den Leuten beibringen würden, wie sie wirklich glücklich leben können, ganz anders als bisher wieder, also ihre glücklichstmöglichste Lebensweise wirklich aussehen würde und wie sie dann eben nicht mehr süchtig sind und dann auch nicht süchtig zu viel beim Rewe kaufen sozusagen. Solch ein Tandem wäre total erfolglos und dann würde entweder Rewe Pleite geben im Wettbewerb verglichen mit den anderen Wettbewerbern vom Markt sozusagen in die Pleite getrieben werden oder ARD und ZDF würden als Fernsehsender kaputt gehen, weil Rewe kaputt geht, fehlen dann ARD und ZDF die Werbekunden und vielleicht überlebt dann nur noch RTL, weil die eben ein besseres Tandem mit ihren Werbekunden darstellen und dann überleben nur noch die Konzerne, die bei RTL werben und RTL überlebt, aber ARD und ZDF sterben. Also natürlich habe ich jetzt so ein bisschen vorausgesetzt, ARD und ZDF wären durchaus, sagen wir mal so, kommerzielle Sender, die auch sterben können. In dem Fall ist es einfach nur ein bisschen komplizierter, ARD und ZDF, da läuft dann halt eine stille und leise Evolution ab, dass eben nur Programmemacher, die quasi den Verkaufserfolg von Rewe vergrößern, letztendlich dadurch nicht bewusst belohnt werden, dass Rewe mehr Geld hat für weitere Werbespots und dadurch ihre Gehälter steigen. Und dadurch kommt es zu einem Selektionsprozess, zu einem stillen und leisen Prozess, wo Mutation und Selektion wirken. Die Programmmacher bei ZDF und ARD mutieren in Richtung lebenszerstörende, manipulative, vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes. Das heißt, das Programm manipuliert durch vorteilbringende Irrtümer. Die Gehirne der Zuschauer, die entfernen sich immer weiter von einem wirklich glücklichen Leben und werden dadurch kaufsüchtig in Rewe. Und dadurch entsteht in Rewe viel Geld und dieses Geld fließt dann als Werbespot wieder an die Programmmacher zurück von ARD und ZDF. Und genau solche Kreisläufe habe ich als junger Mensch, als Schüler und als Student. Solche Fehlanreize habe ich dem System gesetzt und ich wette, sie sind auch einkaufen gegangen, liebe Zuschauerinnen, und haben damit auch genau diese Fehlanreize gesetzt und haben damit die ganze Wirtschaft und die Medien dazu gezwungen und dazu verleitet und gelenkt, dass sie ihr Leben zerstören und mein Leben zerstören. Damit wir dann kaufsüchtiger werden, shoppingsüchtiger, konsumsüchtiger werden. Ja, also ich habe quasi den Fernsehmachern, den Programmmachern und den Konzernen eine Belohnung dafür ausgesetzt, so nach dem Motto, bitte zerstört weiterhin mein Leben und das Leben aller anderen Menschen in der Welt, auf dass sie konsumsüchtig und kaufsüchtig und esssüchtig werden. Und dann bringe ich euch viel Geld und belohne euch dafür. Ja, und genau das, was ich sozusagen damit als Belohnung ausgesetzt habe, genau das hat Rewe mit mir gemacht, mitgeholfen, mein Leben zu zerstören und mich kaufsüchtig, shoppingsüchtig und konsumsüchtig zu machen. Ja, dann ist eine Sendung von Professor Hans-Werner Sinn aufgetaucht, wo er noch einmal bestätigt, seine Grundthese, dass Fridays for Future und Extinction Rebellion die Klimazerstörung eher beschleunigt haben. Denn sie haben quasi in den Öl-Multis und in den Eigentümern fossiler Energien Ängste, große Ängste ausgelöst. Hey, Europa könnte aussterben und uns keine fossilen Energien mehr abkaufen und wir gehen dann, wir sind dann pleite, wir sitzen dann auf nicht mehr nutzbaren fossilen Energien, die keiner mehr kaufen will, wenn das Schule macht. Also müssen wir jetzt mal noch mehr fördern und billigere, niedrigere Preise in Kauf nehmen und einfach so viel wie möglich fossile Energien nochmal schnell verkaufen. Er weist, also Professor Sinn weist nach, dass Deutschland auch seit Fridays for Future und Extinction Rebellion also auch seine, dass Deutschland seine Braunkohleförderung drastisch erhöht hat seitdem, um eben noch, bevor die Grünen an die Macht kommen und das alles dann verboten wird vielleicht, um noch so schnell, viel wie möglich Geld mit der Braunkohle zu verdienen und auch, und da das Gesetz gilt, alles, was einmal aus der Erde geholt wird, wird auch tatsächlich verbrannt, haben quasi Fridays for Future und Extinction Rebellion, weil sie nicht auf die nextscientistsforfuture.de gehört haben und nicht uns den richtigen Weg haben machen lassen. Wir hätten dafür gesorgt, dass es solche negativen Effekte nicht gegeben hat, aber man kann sagen, dass Fridays for Future, Professor Sinn sagt das ja auch ganz klar, Fridays for Future und Extinction Rebellion wahrscheinlich, vermutlich, die Klimazerstörung in der gesamten Welt beschleunigt haben. Und das ist der einzige echte Effekt, den Fridays for Future bis jetzt hatte. Wir wissen ja nicht, ob Fridays for Future ansonsten einfach sozusagen dafür letztendlich das Ganze dennoch ein funktionierendes kapitalistisches Geschäftsmodell ist, ein pseudolinkes erzkapitalistisches rechtes Geschäftsmodell ist, so nach dem Motto, die Leute durch das Jammern über das angebliche oder tatsächliche Elend in der Welt zum Spenden zu bewegen und sich dann an den Spendengeldern zu bereichern. Das hat doch funktioniert. Und damit ist unsere Einschätzung auch richtig. Fridays for Future, Scientists for Future, das sind pseudolinke Gruppierungen, die faktisch rechte Kapitalismusfreunde sind und selber ein kapitalistisches Geschäftsmodell darstellen, dass da also irgendwie wahrscheinlich sich irgendwelche Leute an irgendwelchen Spendengeldern bereichert haben und die ganzen Leute, die da irgendwie gespendet haben oder mitgelaufen sind und gespendet haben, die sind die Opfer des Ganzen, die sind die ausgebeuteten, durch diese parasitären Meme ausgeschlachteten und ausschmarotzten Wählerinnen oder noch nicht Wählerinnen. Ja und dann haben wir eine Sendung gehabt, wo die Daten, wo ein Datenängstlicher nochmal so gezeigt hat, über was er sich da aufregt und Sorgen macht, das ist alles ja richtig, aber das, was im Moment mit den Daten an Schädigung meines oder unseres Lebens gemacht wird oder gemacht werden kann, ist ein winziger Tropfen auf den heißen Stein verglichen mit der Schädigung unseres Lebens, die wir jeden Tag beim Einkaufen durch das Setzen von Fehlanreizen für die gesamte Restgesellschaft wir quasi, was wir da an Schäden erzeugen, ist tausend, hunderttausend Mal, Millionen Mal größer als das, was mit allen möglichen, mit den Daten sozusagen uns an eventuellem Schaden erzeugt werden kann. Man regt sich also an der völlig falschen Stelle auf. Sie, liebe Wählerinnen, Sie sollten sich jeden Tag lieber fragen, mit allem, was Sie in der Gesellschaft machen, wie zerstören Sie da unser aller Leben und unser aller Lebensglück, weil Sie mit allem, was Sie tun in der Gesellschaft, mit jedem Einkauf, setzen Sie einen Fehlanreiz. Ja, zum Beispiel, wenn Sie eine Reise an den Ballermann in Mallorca kaufen, ja, was setzen Sie da für einen Fehlanreiz? Ja, die sagen quasi damit, liebe Reisefirma, bitte benutze deine Werbemilliarden und gehe damit in die Medien hinein und löse dort eine Evolution aus und sorge dafür, dass die Programmemacher in den Medien und die Textemacher lauter vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer, Viren des Geistes ausstreuen, durch die ich so manipuliert werde, dass auch mein Leben zerstört wird und ich noch unglücklicher werde und ich dann noch süchtiger danach werde, bald wieder eine Reise an den Ballermann in Mallorca kaufen zu wollen, weil ja das mein Leben so öde ist und so leer ist, dass ich unbedingt dahin will und mir mal endlich wieder mal richtig die Hucke zusaufen will und ein bisschen mit Mädels störten will und so weiter, weil das Leben hier so absolut leer und öde ist, hier in Deutschland. Und genau das, das zerstört mein Leben Millionen Mal und unser aller Leben Millionen Mal mehr als alles, was mit den Daten angestellt werden kann. Also die Datenängstlichen regen sich über einen winzigen Schaden auf und sind völlig blind für den riesigen Schaden, den sie sich selber und uns allen anrichten mit allem, was sie tun. Ja, ich glaube, das war's und ja, wir haben jetzt unsere Talkshow sozusagen aufgetrennt. Wir machen das jetzt immer getrennt, dass wir die reinen Parteien Talkshows mit dem Prinzip Advocatus Diaboli, also Gegenargumente wenn wir wenn es also idealerweise ist es ja so, dass man in einer Talkshow immer zum Beispiel die Next Scientists for Future und ihre Reformvorschläge hat und Gegenvorschläge und ja damit dann auch unseren Reformvorschlägen widersprechende Personen hat, eine Person hat und wenn man das nicht so auf eine Person festlegen kann, kann man das auch mit wechselnden Personen machen, sodass dann eben mehrere Personen aufgefordert werden, ein Gegenargument zu formulieren im Sinne eines Advocatus Diaboli, eines Anwaltes ja der Gegenrede sozusagen, des Widerspruchs und ja und ansonsten machen wir die Talkshows, wo es auch um die Doppelschienigkeit geht, also darum, dass es ja zwei ganz große Wege zu einer glücklichen Gesellschaft gibt, dass sich Gemeinschaftsprojekte, Gemeinschaften, Kommunen versuchen, ein neues Land aufzubauen, in dem immer mehr Menschen in Gemeinschaften leben und damit dann eine neue Welt entsteht oder und die zweite Schiene ist ja eben die politische Schiene, dass wir über Reformen das ganze kranke System korrigieren und ja und da ist es eben so, dass sozusagen sagen ja also liebe Wählerinnen und liebe Zuschauerinnen machen Sie sich klar, dass Sie Ihr eigenes Leben jeden Tag weiter zerstören mit Ihrem Kaufverhalten und dass es eine Illusion ist, Sie könnten durch Ihr Kaufverhalten irgendetwas bessern ja wir hatten ja das Beispiel in der Talkshow was ist wenn ich lauter Bio einkaufe abgesehen davon von der Frage ob das Bio dann Betrugs Bio ist oder Schwindel Bio ist und nur ein Weg ist Ihnen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen trotzdem haben ja auch die Biomärkte ein Riesen Interesse daran dass sie kaufsüchtig konsumsüchtig und esssüchtig nach Bioprodukten werden also ist der Fakt also die Tendenz ihr Leben unglücklich zu machen und zu zerstören damit sie kaufsüchtig und esssüchtig gegenüber Bioprodukten werden diese Tendenz die eigentlich schädliche Tendenz ist ja damit genau so ungebrochen wie bisher also da passiert ja nichts ja und wie gesagt liebe Wählerinnen seien sie sich klar dass wir alle durch den bösartigen Raubtierkapitalismus zu Fassaden Menschen gemacht wurden die alle sich einreden sie würden Gutes tun aber die Welt ist nur so schlecht wie sie ist weil wir alle Schlechtes tun und nur die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf haben die uns quasi vorspielen dass wir doch Gutes täten aber wenn ich ihr tatsächliches Handeln in der Welt ihren Fußabdruck in der Welt analysieren würde dann könnte ich ihnen Stück für Stück aufzeigen wo sie die ganze Welt zerstören und unser aller Leben wo alle anderen Menschen unglücklich machen durch ihr Wirken durch ihr tatsächliches Wirken ja dann bin ich mal gespannt auf die morgige Talkshow Tschüssi bis bald Art bis bald Tschüssi bis bald bis bald aus als rot bis bald aus auch bis